themenbezogene teams ist da ihr 13 tage dafür zeit ist heute mit einem trick wie du statt zwölf spiele sechs spiele spielen muss und dann hast du die aufgaben für am ende geschafft bleibt dran es wird auch interessant so unter ziele unter live themenbezogene teams sieht ja auf jeden fall hier die aufgaben man muss auf jeden fall jeweils drei spiele spielen man braucht auf jeden fall drei spieler drei spiele muss man gewinnen mit fünf spieler aus englische liga und fünf spieler aus englische zweite liga muss man drei spiele gewinnt man muss mit fünf mal frauen englische liga drei spiele gewinnt und zu guter letzt man braucht auf jeden fall fünf spieler erstbesitzer und dann damit muss man auf jeden fall drei auch drei spiele gewinnen so ich sag dir jetzt einen trick wie du auch am besten statt zwölf spiele nur sechs spiele spielen kannst und zwar wenn wir jetzt unter verein gehen ich habe ein team aufgebaut für euch ich würde auf jeden fall auch so aufbauen ihr muss nicht dieselben spieler nehmen aber ihr könnt auf jeden fall so auf jeden fall aufbauen denn das ist das am besten so wie man sehen kann ich habe jetzt hier ein zwei drei vier und fünfte spieler fünf spieler habe ich jetzt aus englische zweite liga genommen dann habe ich noch restliche spiele alles von frauenliga genommen von englische frauenliga da und alle spieler sind quasi bei mir jetzt erstbesitzer kann ich euch zeigen wenn man so drauf erstbesitzer und so weiter sieht ja alles erstbesitzer alles erstbesitzer das heißt man schafft ein challenge wenn man drei spiele gewinnt dann schafft man mit den englische zweite liga ein challenge wenn man drei spiele gewinnt und gleichzeitig auch die frauen das heißt ihr habt auf jeden fall dann am ende neun spiele quasi erreicht mit drei siege jeweils und ich muss einfach nur drei spiele spielen und das letzte was übrig bleibt dann ist auf jeden fall die englische liga da muss ja einfach nur fünf spieler aus englische liga nehmen dass das einfachste eigentlich von allen und dann konnte ihr das auf jeden fall auch dann auf jeden fall alle aufgaben freischalten dann kriegt auf dem verein hier sehr gute tex die er dann halt kostenlos mitnehmen können ich sage mal viel spaß mit dem tipps wenn du den kanal abonnieren willst macht das denn damit du noch mehr info kriegst von mir wenn ich noch mehr solche tipps dir geben kann und ich sage bis zum nächsten mal viel spaß und ciao